Ladies and gentlemen herzlich willkommen bei Disney Dreamlight Valley und wir sind hier wieder mitten in einer Geschichte. Wir haben den Auftrag bekommen hier von Olaf mal mit Christoph und Donald zu sprechen. Mal gucken was die so sagen. Bitte schaut euch gerne hier auf YouTube mal ein bisschen in meiner Playlist um. Wir haben über 100 wunderbare Videos zum Thema Disney Dreamlight Valley hier schon für euch erstellt. Guckt mal rein, taucht mal ein in die Geschichten die wir schon erlebt haben. So was glaubt ihr wen werden wir als erstes finden Donald oder Christoph? Christoph haben wir heute schon ein paar mal gesehen. Donald war ein paar mal schon unterm Tisch klingen. Ja gucken wir mal. Ich tippe mal auf auf Christoph. Christoph ist eigentlich immer da wenn man ihn braucht. Da ist Mickey. Wie er da sitzt. So süß. Da ist Goofy. Da ist Minnie. Wir waren schon so lange nicht mehr unten am Strand. Das ist eigentlich ganz komisch. Hi Mutter Godel. Merkt ihr was? Die Schildkröten sind weg. Die Schildkröten sind weg. Sie sind weg. Es gibt keine mehr. Die waren immer hier die kleinen kuscheligen Dinge. Die waren immer hier die kleinen kuscheligen Dinge. Keine Schildkröten mehr. Wo sind sie? Sind sie ausgewandert weil ich so selten da bin? Ich habe sie immer gefüttert. Ich vermisse meine kleinen Schildkröten. Ich geh mal dahin da. Ist da was drin? Tatsächlich. Das heißt für jeden Tag liegt da eine Kiste rum. Man muss sie nur aufmachen. Kann mir irgendjemand sagen was mit den Schildkröten passiert ist? Wenn ja dann schreibt es mir mal in die Kommentare rein. Da ist sie. Oh ich habe dich vermisst. Oh ich habe die kleine Kuscheline vermisst. So es gibt was schönes zu schnabulieren. Hier. Hier. Ich habe eine blaue. Blaue Muschel. Und eine rosa. So bitteschön. Wo wart ihr denn? Sind die nur zu bestimmten Stunden da? Das kann natürlich sein. So. Die ist ja goldig. Na das war es schon. Dankeschön. Tschüss bis später. Wir sind auf der Suche nach Donald oder Christoph. Ui ist hier viel los. Hey. Da kommst du ja gar nicht durch hier. Hey. Der Ofen sah nicht an. Jetzt schauen wir mal. Na. 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 Was ist das? So. Also ich tippe mal. Christoph ist näher. Christoph ist näher. Donald ist hier. Wo ist Christoph? Da ist Basel Lightyear. Da ist Christoph. Die waren beide oben. Das ist ja komisch. Na. Hi Bas. Die Sonne scheint. Also gut Leute. Genießen wir diesen schönen Tag. Wie komisch. Wie komisch. Sonst läuft doch der Donald einmal überall rum. Okay. Sind beide beim Essen. Mirabelle will immer noch mit Apfelwein glasierten Lachs. Ja. Aber ich weiß nicht wie der geht. Wir haben keinen mit Apfelwein glasierten Lachs. Meeresfrüchte. Kartoffeln. Hm. Kartoffeln wären jetzt nicht schlecht. Mocha. Mocha wäre jetzt auch nicht schlecht. Pommes. Echte frische Pommes wären cool. Erdnussbutter Sandwich. Karpfen. Geräucherte Erdnüsse und Seeteufel. Okay. Käsig. Knusprig gebackener Kabel. Oh mein Gott. Leckerer Salat wäre jetzt auch nicht schlecht. Hier muss doch mit Apfelwein glasierten Lachs. Was? Warum habe ich das nicht gefunden vorhin? Komisch. Didi. Didi. Oh. 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 Das schaut ja lecker aus. Oli, komm mal hierher. Ja. So. Mal schauen. Der hat lang gewartet hier. Sorry. Ich habe die Bestellung für dich. Oh. Kann die lachen. So. Jetzt schauen wir mal. Also habe ich doch Christoph zuerst gefunden. Oh. Oh. Hey. Hey. Ich soll dir von meinen Abenteuern mit Donald erzählen, als das Vergessen passierte? Äh. Nun ja. Es war kein großes Abenteuer. Wir haben eine Weile auf der sonnigen Ebene kampiert. Auf der sonnigen Ebene. Bis die Riesen nach Dornen anfingen sich überall einzuschleichen. Okay. Dann hat Donald etwas gesehen, das ihn wirklich wütend machte und er hat versucht dagegen anzukämpfen. Hahaha. Es war nur ein Schatten, aber er dachte, es sei ein Drache? What? Es war nur ein Schatten, aber er dachte, es sei ein Drache. Es war ein Kolibri. Oh. Donald. Donald hat einen Streit mit einem Kolibri angefangen. Was ist dann passiert? Donald. Danach ging Donald ins vergessene Land. Donald ist in eine Pfütze getreten und hat überall Wasser verspritzt. Dann sprang ein Frosch auf uns zu. Okay. Ich wünschte, ich könnte etwas Spannenderes erzählen, aber es war ein Frosch. Danach sind wir in den Wald der Tapferkeit gegangen und naja, den Rest kennst du. Du solltest mit Donald sprechen. Du solltest mit Donald sprechen. Ich wette, er wird es viel heldenhafter klingen lassen, als ich es gerade getan habe. Hey, danke. Okay. Okay. Er hat mit einem Kolibri gekämpft. Hahaha. Oh, das ist so geil. Das ist so typisch, Donald. Wieso warten eigentlich diese ganzen Eichhörnchen in letzter Zeit immer auf Essen? Ach, es läuft nicht mal weg. Ah, jaja. Jetzt läuft es weg. Wo ist denn Donald? Da ist der Hauptplatz unten. Oh, es tut mir leid, dass ich dir etwas Falsches gegeben habe. Es gibt Erdnüsse. Erdnüsse muss ich morgen auch mal wieder kaufen. Hm. Schön gesalzen. Komm Wolli. Da ist Goofy. Ach du meine Güte, der ist bei seinem Onkel. Alles klar. Hahaha. Wo sonst? Die, 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 die. Ich hoffe, mein Neffe hat nicht wieder Schwierigkeiten gemacht. Nö, nö. Alles gut. Hi Donald. Hi. Hilfst du mir mal? Danke, dass du vorbei gehst. Gerne. Nils, willst du wissen, was passiert ist, als ich mit Christoph das Vergessen aufhalten wollte? Richtig. Nicht den Schattenprinz hat aufgehalten, sondern das Vergessen. Wow. Darauf kannst du wetten. Ich werde dir alles über mein Heldentum erzählen. Dann lass mal hören. In einer dunklen und stürmischen Nacht haben wir auf der sonnigen Ebene gezeltet. Plötzlich sahen wir einen riesigen Schatten an der Wand der Klippe. Es hatte Flügel. Die so groß waren wie ein Haus. Stimmt. Christoph hat mir davon erzählt. Es war ein Kolibri. Ach was? Mach dich nicht lächerlich. Es war kein Kolibri. Es war ein zweiköpfiger, 20 Meter großer, feuerspeiernder Dracke. Das ist fantastisch. Noch erstaunlicher ist, wie ich ihn mit meinen eigenen Händen bekämpft habe. Als nächstes sind wir ins vergessene Land gegangen, wo die Dinge noch schlimmer wurden. Richtig. Christoph hat mir erzählt, dass du in eine Pfütze getreten bist und überall Wasser verspritzt hast. Danach ist ein Frosch auf euch zugesprungen. What? No. Das ist überhaupt nicht so passiert. Unter mir tat sich ein riesiger Abgrund auf. Dann packte mich ein Seeungeheuer und versuchte mich hineinzuziehen. Das ist ja gruselig. Ja. Ich hatte keine Angst. Ich habe das Seeungeheuer besiegt und auch Christoph gerettet. Ja. 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 Dann muss sein Gedächtnis noch immer verkorkst sein. Genau so ist es passiert. Ja. 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 Komm, Wally. Die Ruinen im vergessenen Land. Okay. Gibt es hier den Ruinen? Jetzt kann ich da wieder nicht hintereinander teleportieren, weil da wieder irgendein Bug ist. Na gut. Komm, Wally. Gehen wir mal da hin. Aber ich würde sagen, Leute, das machen wir im nächsten Teil. Elefantenfriedhof ist hier. Das ist der sogenannte Elefantenfriedhof. Das machen wir im nächsten Teil. Ladies and Gentlemen, danke, dass ihr zugeschaut habt. Es war wirklich eine schöne Geschichte, die hier Donald und Christoph erzählt haben. Schaut gerne in die Playlist rein, bei mir, auf dem YouTube-Kanal von Johnny & Friends Gaming. Mein Name ist Nils und ich bedanke mich, dass ihr so nett zugeschaut habt. Bis dann. Euer Nils. Ciao. Der Vater. Okay. Ich bin froh. Ich bin froh. Aber ey!